Hallo, du musst an den Hegel ziehen. Hallo, einmal zieh, dann geht er nach oben. Zieh dann an den Hegel. Ja. Und wenn du loslachst, geht er nach unten. Wenn du den Hegel loslachst, geht er runter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020